Ja. Hä? Wo bin ich? Das ist doch nicht die, die ich meinte. Wo bin ich? Hä? 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 Okay. Habe ich noch Dropschutz? Viermal. Perfekt. Wenn das jetzt auch klappt. Wo bin ich hier, verdammte Scheiße? Was ist das denn hier? Ich war, glaube ich, hier noch nie. Ist das hier eine Stadt, oder was ist das? Hä? Nee, oder? Ah, wird wohl solche Einsätze. Ich dachte schon. Okay, und was ist hier jetzt? Ah. Was? Hier ist wieder nichts. Das kann zwar jetzt wohl nicht sein. Ah. Ah, hier. Ein Ball. Drachenzahn, damit... Das brauche ich wahrscheinlich, deswegen... Oder brauche ich, glaube ich, nicht. Das kann doch nicht sein. Für Drachenzahn brauche ich doch hier nicht so viel. Wie wäre es mit... Bootkeks? Ne, sind ja alle aufgefüllt. Ach, weg damit. Brauche ich nicht. Drachenzahn. Drachenzahn. Ich glaube, das verstärkt die Drachenattacken. Wenn ja, würde ich sofort... Äh, Garathos geben. Was? Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Hä? Den hatte ich noch nicht bekommen? Fragezeichen? Ach so, das hatte ich gar nicht... Das hatte ich vergessen. Beziehungsweise habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie mir den Ort nicht gegeben hat. Aber wo bekomme ich jetzt Kaskade her? Ja, ja, das weiß ich. Aber wo bekomme ich Kaskade ein? Das muss hier sein, irgendwo. Durch Zufall bekomme ich Drachenzahn. Und ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich den Orden gar nicht bekommen hatte. Also... Ist ja eine Frechheit eigentlich. Ja, wusste ich's. Garathos. Schon heftig. Wieso hatte ich denn das nicht gemerkt? Bestimmt, der hat nur rumgeheult, mehr auch nicht. Okay, aber irgendwo bekomme ich Kaskade her. Anscheinend nicht in dieser Höhle. Das war vielleicht von ihm. Ich dachte schon, das wäre Annette. Hallo, Daniel. Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später. Hey, er hat bestimmt Kaskade. Oder hast du doch Kaskade? Gut, ich hoffe, er hat wirklich Kaskade. Wenn nicht, dann werde ich Professor Linz deutlich in den Arsch treten. So, dass er es mir gibt. Also, äh, das Item, ne? Hi, Daniel. Danke, dass du gekommen bist. Ich bin da immer noch voran. Ja? Meisterball? Ah, toll. Ah, toll, ich weiß. Meisterball. Scheiß Meisterball. Ich bin doch eh kein legendäres Pokémon. Ich bin dazu zu dumm. Also lass mich in Ruhe. Oh, ich habe noch nicht mal Zertrümmler gefunden. Hä? Ach so. Scheiße, ey. Jetzt fehlt auch noch Zertrümmler, ey. Das ist so beschissen hier. Wo finde ich Kaskade, ist die Frage. Also, ich gehe nochmal alles durch. Rosalia City? Hehe, nein. Viola City? Nein. Also, warte mal. Hier hätte ich Fliegen bekommen. Das war von 02. Oliviana City? Nein. Teak City? Ja, ich frage mal nach. Ich guck mal hier. Obwohl, hier hatte ich bei einem Surfer, glaube ich, bekommen. Verdammt. Und hier kann ich immer noch nichts machen, weil ich Zertrümmler nicht hab, ne? Scheiße, ey. Wo komme ich die denn her? Warte mal. Ich guck mal kurz in den Beutel. Ähm. Hä, Quatsch. Was wollte ich jetzt? Das habe ich gerade... Ah ja, stimmt. Vom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach Whirlpool also. Ich weiß. Ich weiß. Hier muss auf jeden Fall noch eins sein. Genau hier. Da muss einfach noch ein VM sein. Da habe ich hier was bekommen. Ne, hier hatte ich Whirlpool bekommen, oder? Oh Mann. Oh mein Gott, ey. Kompliziert ist das hier so. Hast du irgendwas? Oh, hier ist ein Großmutter eingezogen. Okay, und hier? Ist hier irgendwas besonderes? Nö. Hm. Warte mal, kann ich überhaupt Radio hören? Hm. Geht nicht. Ach, verdammt, ey. Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Wo bekommen mich die nur her? Ich kann es einfach nicht glauben. Na gut, dann gehe ich erstmal in die Kantor. Vielleicht bin ich da irgendwas. Ganz einfach machen wir das. Fehldrücken. Einfach fliegen und... Ja. Gehen nach Alabas hier. Ne, Quatsch. Wie heißt das hier nochmal? Das heißt... Ja, ich sage aber Alabas hier. Obwohl das ist unlogisch, weil... Dann wäre ja hier... Professorreich. So, mal sehen. Da unten geht's, da ist aber nichts. Mal sehen, ob ich hier irgendwo Kaskade herbekomme. Na tollen Pokémon. Na tollen Pokémon. Namens Tintaha. Was ist das denn? Na endlich. Ich hab nur zwei abgezogen. Wie schlecht. Oh, Messie hat mich entdeckt. Hä? Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinen Pokémon gekommen. Auf deinen Pokémon. Okay, mach ich mal. Kanto ist doch nicht groß, oder? Was? Was? Das glaub ich nicht. Die verarschen mich, oder? Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Karte. Was? Ich... Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Das ist doch Alabasti hier. Zinnova-Insel. Sag das... Das ist alles auch dabei. Ach du Scheiße. Das... Das muss ich auch alles machen? Hä? Die verarschen mich, oder? Das kann's doch nicht sein. Das ist ja eigentlich ganz cool, aber... Heftig. Ich glaub dazu... Das gehört da nicht mehr zu. Mit... Oh mein Gott. So, hier ist ein Ball. Sonderbonbon. Es gibt doch Sonderbonbon. Naja, wahrscheinlich nur ein Kanto. Wie gesagt, ich brauche Kaskade. Alter. Sag nicht, diese ganzen Arenaleitern muss man auch noch machen. Wo komm ich denn da hin? So. Jetzt hör auf! Scheißwasser-Pokémon sind das hier. So. Hier ist ne Höhle. To-yo-Fälle. Ah, die Verbindung. Das heißt, hier müssen wir durch. Ja, Kaskade. Wir sehen, ob man das hier irgendwo noch bekommt. Äh, vielleicht ist es ja hier. Mondstein? Uh, das brauche ich auf jeden Fall. Das ist nämlich gut. Äh, Gegengift kann weg. Mondstein brauche ich. Vielleicht später mal. Bis zum nächsten Mal.